Küche, Kabinett und Kreuzworträtsel Meine Nüßchen gibt's nur im Reformhaus, da wo es auch meine Dingkirchen gibt. Meine Nückelsprotten gibt, die dir immer so gut schmecken. Oder meine Haferblätzchen, die du jeden Abend verputzt. Aber deine Kürbisflocken hab ich nicht angerührt. Wo sind die eigentlich? Da sitzt du gerade drauf. Oh, also komm, dann mach ich dir jetzt zum Ausgleich ein pfelsisches Müsli. Was soll das denn sein? Ganz einfach. Man füllt einfach eine Hachse mit Gehackten, legt sein süßes Samen ein und lässt es drei Tage ziehen. Dann musst du nur noch mit Käse überpacken und mit feinen Zwiebelringsen garniert. Ab in den Mixer und fertig ist's. Original Pfälzer Müsli. Ich geh gleich den Zutaten holen. Och Helmut, das wär ein dolles Rezept für die Doris, damit die mal was auf die Rippen kriegt. Hab immer das Gefühl, dass ich mich selbst umarme, wenn ich die mal richtig drück. Sag mal Schrödi, das gibt's doch gar nicht. Wieso? Was? Du hast doch schon wieder versucht, dich zu schminken. Wie kommst du denn da drauf? Ich schminke mich nie. Naja, außer vielleicht im Wahlkampf. Ah, und wo kommen dann die ganzen roten Sprenkel in deinem Gesicht her? Ist ja vielleicht der Erdbeerjoghurt explodiert, der seit vier Wochen im Kühlschrank steht. Oh Gott, ich hab rote Sprenkel? Heute ist doch Kabinettssitzung. Lass mal gucken. Zwei, vier, sechs, zehn. Ach, du hast mindestens 50 rote Sprenkel im Gesicht. Und, warte mal. Aua! Die kann man ja gar nicht abwischen. Die sind angewachsen. Schrödi, du hast Fleckfieber. Oder Allergie. Oder Malaria. Oder, äh... Hör auf! Was mach ich denn jetzt? Ich muss doch regieren. Na, dann suche ich mal meinen Anzug. Wieso? Oh nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Du wirst mich nicht vertreten. So kannst du jedenfalls nicht raus. Du hiffst jetzt erstmal wieder ins Bett. Ich schick dir nachher die Nolde mit Kamillentee vorbei. Und jetzt mach dir mal keine Sorgen. Ich kann dich schon super gut imitieren. Hallo, Joschka. Ja, hier ist der Gerhard Schröder. Ich bin heute krank. Aber ich schick den Helmut vorbei. Ja, tschüss. Siehste, nix gemerkt. Aber... Ich ändere ja nix Großes. Das merkt keiner. Nur eine kleine Steuerreform höchstens. Gute Besserung. Tschüss. Schröti. Wie lange dauert denn das noch mit dir im Bad? Ja, doch. Ich muss mich da nur noch föhnen. Also, das dauert mir jetzt einfach zu lang. Ich komm jetzt rein. Hey, jeden Morgen das Gleiche mit dir. Also, irgendwann schließe ich nur ab. Da musst du ja erstmal an den Schlüssel rankommen. Und du weißt ja gar nicht, wo ich den versteckt hab. Hä, 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 hä. Sogar mit Fleischwurst-Extrakt. Boah, jetzt wird mir ein jetzt klar. Mir ist das schon lange aufgefallen. Die Hannelore stinkt. Stimmt. Aber dafür zieht sie mit. Tja, tja, also, was ist denn bloß los mit mir hart? Ich bin so nervös. Du, Schröti, weißt du, was mit mir los ist? Ich bin hart so unruhig. Moment, ich komm gleich. Eben noch zu Ende telefonieren. Doris, ja, du, pass auf. Ich komm heute Abend doch nicht mehr. Nö, ich weiß auch nicht. Ich hab, äh, Kopfweh. Genau. Äh, sagen wir einfach ein andermal. Läuft uns ja nicht weg. Also, können wir ja nächste Woche nochmal angehen, ne? Jo, okay. Ja, ich dich auch. Also, bis morgen. Tschüss. So, was ist denn, Helmut? Ach, wenn ich das doch wüsste. Ich bin so unruhig. Aha, naja, äh, du mal was ganz anderes. Äh, hast du heute Morgen auf dem Küchentisch so zwei blaue, viereckige Tabletten gefunden? Wieso? Was stand denn da drauf? Viagra. Ach, der Band ist gar nicht meine Rennie seit morgen. Aber, äh, egal. Lass mich mal ans Telefon. Ich muss dringend kurz mal was klären. Ja. Ja, ja. Hallo, Adelur. Tja, hast du Zeit? Ach, komm. Und es ist mir egal, dass der Musikantenstart läuft. Ja, in fünf Minuten bin ich da. Tja, ich komm gleich. Tschüss, Frütti. Ja, und was mach ich heute Abend? Oh, ich könnt ja ein paar Handarbeiten mal machen. Helmut, bist du so weit? Du, wir müssen uns beeilen, wenn wir zum Essen mit dem nigerianischen Außenminister pünktlich sein wollen. Tja, da bin ich ja schon. Herrgott, wie siehst du denn aus? Nicht so. Du, sag mal, hast du über Weihnachten zugenommen? Das sind ja richtige Pölsterchen da. Na, lass das, das kitzelt. Außerdem hab ich nicht zugenommen. Ich halte seit Jahren mein Idealgewicht. Also komm, das will ich jetzt aber mal genau wissen. Stell dich mal auf die Waage hier. Also schön, bitte. Hier. Immer noch genau 78 Kilo. Was? Da ist doch was faul. Warte mal. Also lass mich jetzt mal auf das Teil drauf. Aha. Du wiegst also 78 Kilo, ja? Ja, schon seit 16 Jahren. Ach ja. Und warum wieg ich dann minus 73 Kilo? Das ist der Stress als Bundeskanzler, Schredi. Glaub mir's. Ach was, Stress? Gib's zu. Du hast die Waage verstellt. Machen wir doch einen kleinen Test. Das hier ist der offizielle SPD-Vereidigungsanzug. Den haben wir alle getragen. Wenn der dir passt, dann darfst du mitkommen. Sicher passt der mir. Warte. Ich hab's gleich. Komm. Also, nee, ich geb's auf, Schredi. Siehste, du bist einfach zu fett. Moment mal. Kein Wunder, dass mir der Anzug nicht gepasst hat. In dem Anzug steckt ja noch der Charming drin. Was? Wo? Sag mal her. Ja, tatsächlich. Entschuldige, Rudolf. Wir häng dich gleich wieder weg. So. Ja, ich gelobe, so wahr mir Gott helfe. Vielen Dank für Ihr Verbrauch. Hallo, Helmut. Da bin ich wieder. Mensch, das war ein Tag. Was gab's denn hier so Neues? Jede Menge. Also, wir brauchen uns überhaupt keine Sorgen mehr über unsere Zukunft zu machen. Ich hab heute alles in die Wege geleitet. Hast du endlich mal eingekauft? Ach, nee, wo? Da hatte ich überhaupt gar keine Zeit dazu. Ja, ja. Heute warst du nicht nur Versicherungsvertreter da. Was? Ich wollte es gar nicht aufmachen. Sag bloß, du hast eine Versicherung abgeschlossen. Nein, nein, keine Sorge. Ach, dann bin ich aber beruhigt. Ich dachte schon, du. Ich hab gleich 229 Versicherungen fertig gemacht. Was hast du? Ja, eine gegen Wohnungsausbruch, eine gegen Zeckenbiss, eine fürs Alter. Fürs Alter? Ja. Du kriegst doch deine Pension. Vielleicht reicht die ja nicht mal im Jahr 2199. Denn dann bekam ich die ganze Versicherungssumme auf einen Batzen ausbezahlt. Helmut, dann bist du, dann bist du ca. 275 Jahre alt. Ja, ja. Ist doch eine schöne Überraschung im Alter, oder nicht? Helmut, nun komm schon, sonst geht die Trauerfeier ohne dich los. Ich bin ja schon da. Mein schwarzer Anzug ist plötzlich so klein geworden. Aber jetzt kann's losgehen. Meine Damen und Herren, wir haben uns hier in diesen geheiligten Hallen eingefunden, um von einem langjährigen Kollegen und lieben Freund Abschied zu nehmen. Er war uns stets ein treuer Gefährte, machte nie große Worte, stand uns in schlechten Tagen immer bedingungslos zur Seite. Humor war seine große Stärke. Stimmt, er war der lustigste von allen. Und wenn er heute von uns geht, so ist es doch kein Abschied für immer. Sein aufrechter Geist wird weiterlegen, in unseren Herzen. Hier soll die, das Glas. Danke, Helmut. So lasst uns nun das Glas zum letzten Groß erheben und ihn in die friedvolle Welt der ewigen Ruhe entlassen. Leb wohl, Guido. Du bist so wahnsinnig. Du kannst ihn doch nicht einfach so ins Wasser schmeißen. Helmut, als Fisch muss er das abgönnen. Auch ein Gelbbrust-Guppi muss irgendwann mal sterben. Und nun im Abschied. Bye-bye, Guido. Helmut, erinnere mich dran, dass ich den Fischer treten muss. Okay, tritt ihn. Nein, nicht tritt ihn. Fischer. Wir hatten heute Kabinettssitzung und er hat vorgeschlagen, das mal als Videokonferenz zu machen. Hä? Ich sag ja, weil das ganz interessant klang. Und was macht er? Holt das neueste Céline Dion-Video raus und spielt es vor. Herrgott, kochst du gerade? Was gibt's denn? Extra gesunde Lauch-Creme-Suppe, extra gesundes Kartoffelpüree und extra gesunde Frikadellen. Und zum Nachtisch extra gesunde Mousse au Chocolat. Wie kann denn Schokoladenpudding extra gesund sein? Na, mit Vitaminen. Wirst schon sehen. So, einmal die Suppe. Moment, und jetzt wird sie noch extra gesund. Helmut, die schöne Suppe. Enthält jetzt wieder wie B bis H und Asklezo-Py-Arrotal-Abertat. Und warum ist sie blau? Das liegt am Asklezo-Py-Arrotal-Abertat. Herrgott, warum kann's bei uns nicht einfach einmal was Normales geben? Was haben wir denn noch? Kartoffelpüree? Natürlich auch knallblau. Toll. Naja, die Frikadellen sehen normal aus. Also ich nehme mir jetzt einfach eine Frikadelle. Oh mein Gott, Helmut, die Frikadelle hat Augen. Ist? Zwinggürzel? Nein, sie starb mich an. Dann sind es keine Augen, sondern die Vitamin-Injektoren. Was? Die sind aus Plastik. Damit spritzt man die Vitaminkomplexe in die Buletten. Die kannst du ruhig mitessen. Die enthalten sogar... Weißt du was? Ich hab schon gar keinen Appetit mehr. Ich trinke einfach ein Glas Wasser und gut. Ja, mach ich dir. Mit einem Schuss Asklezo-Py-Arrotal-Abertat. Oh, ne. Ähm, Schoibi. Was ist denn, Helmut? Wie funktioniert eigentlich der Trick mit deinen Dinkelsprotten? Welcher Trick? Meinst du, wie man die Dinkelsprotten so viel Dynamik und... Ne, 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 das meine ich nicht, Schoibi. Ich meine, wie machen die Sprotten das, dass sie laufen können? Meine Dinkelsprotten können laufen? Er sagt sowas. Na hier, sieh mal auf dem Tisch. Da ist dir wohl eine Sprotte daneben gefallen. Und jetzt saßt sie gerade in Richtung Kaffeetasse. Mensch, Helmut, du hast recht. Das ist ja unglaublich. Ja. Die rennt quer über den Tisch. Und da, da kommen noch mehr hergesaust. Das sind aber gar nicht die Sprotten, die da stiften gehen. Das sind so kleine Tierchen, die die Dinkelsprotten stibitzen. Schöibi, wir haben die Silberfische im Haus. Die kommen bestimmt von deinen komischen Haartönungen oder der Zahnspange von der Doris. Oder von deinen aufgetauten Saumagenvorräten. Helmut, wir müssen was tun. Kann man die Tierchen nicht vielleicht mit irgendwas füllen und anschließend überbacken? Quatsch, die sind ja noch kleiner als Gregor Gysi. Die kannst du nicht überbacken. Da gibt's nur eins. Da müssen wir Hilfe holen. Gib mir mal das Telefon. Rufst du jetzt den Kammerjäger an? Das brauche ich nicht. Ich rufe beim Norbert an. Ich sag dem, wir hätten ein paar Silberne Chinchilla-Beerschweinchen für ihn. Quasi als Haustierchen. Ach, Helmut, wie ist es doch gemütlich in unserem Heim. Es geht doch nix, über Original-Pfelser-Krieger und dabei die lustige Kapelle zu schauen. Wenn dann noch... Hey, was ist denn mit meinem Kreislauf los? Mir ist ganz schwarz vor Augen. Helmut, dein Kreislauf hat damit überhaupt nichts zu tun. Der Strom ist ausgefallen. Ja, wie kann das sein? Das liegt bestimmt dann beinahe an die Atomkraft-Liga. Helmut, hast du etwa die Stromrechnung noch nicht bezahlt? Ja, natürlich hab ich das. Ich kann dir den Beleg noch zeigen. Warte mal. Da, wo ist er denn? Nimm doch die Kerze mit. Ah, die Duris nützt mir jetzt nix. Ich glaub, ich hab ihn, äh... Mach mal dein Feuerzeug an. Na also, was steht denn da? Das ist ja nur ne Quittung über 2 Kilo Saumagen und 14 Felser Bockwürste. Ja, ich wollte die Rechnung ja bezahlen. Da bin ich an dieser wunderbaren Metzgerei vorbeigekommen. Und da konnte ich auch nicht mehr. Ach so, äh... Helmut, du hast die Stromrechnung nicht bezahlt und jetzt sitzen wir hier im Dunkeln. Das Schlimmste ist ja, dass ich jetzt meinen Föhn vergessen kann. Und ich hab morgen Sitzung. Ich geh gleich morgen in der Früh los und bezahl die Rechnung. Und wenn ich wieder da bin, dann rubbel ich der Feind beim Haartrocknen. Ist das nix? Und wie sollen wir im Dunkeln gemütlich weiter Zeitung lesen? Wir gehen einfach in die Küche und setzen uns vor den Kühlschrank. Vor den Kühlschrank? Was willst du denn da? Ich hab letzte Nacht was rausgefunden. Auch wenn die Küchenlampe aus ist. Im Kühlschrank brennt's Licht immer. Und? Was steht heute so an im Bundestag, hä? Äh, heute ist keine Sitzung. Ich muss auf Staatsbesuch nach Moskau. Äh, zu Boris, hä? Äh, fein. Dann bestell ich mir aber mal einen lieben Gruß, gell? Mach ich. Vielleicht ist es besser, ich geb dir ein paar Tipps, Bub. Musst ja schließlich nie super saftig zuhaften in Moskau, gell? Na, dann bin ich aber mal gespannt. Also, erst mal nimmst du hier diese Strinkjacke mit. Ja, der Boris auch. Nur, dass bei ihm statt der Kräger eine Flasche Wodka in der Innenseite steckt. Das zeichnet sich nämlich nicht so ab, wie im Anzug. Aha. Ja, und irgendwann sagt der Dolmetscher sowas wie, Sau, na? Ist das so? Jaja, dann will er dich aber nicht beleidigen, sondern dann geht's zum Boris nach Hause. Ja, lass mich raten. Dann zieht er euch aus und schwitzt zusammen. Ja, richtig. Woher weißt du denn das? Helmut, das ist so beim Saunen. Da sitzt man nackt zusammen in so einer Kammer und schwitzt. Ach so. Und ich hab mich immer gewundert, warum die Jelen ziehen zu ihrer Heizung nicht einfach runterdrehen, statt sich auszuziehen. Das war also Saunen. Hey, da muss ich schnell den Theo Weigl wieder ausladen. Der wollt mir nämlich morgen, was er auf seinem neuen Instrument vorspielen. Sagt er. Aber das kann er vergessen. Nicht mit mir. Hä? Warum denn das jetzt? Na, jetzt muss er mir erklären, was Saunen ist. Will ich gar nicht mehr wissen, was Po-Saunen ist. Ja? Theo, da hatst du den Schweinskamm. Kannst du mit dem Westerwelle machen. So. Schrödi! Was ist denn, Helmut? Ich versuche hier gerade das Riesenmonats-Kreuzwortritzel zu lösen. Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Hier zum Beispiel. Weißt du, was auf Lateinisch ich heißt? Wie viele Buchstaben brauchst du denn? Drei. Der erste ist ein Y und der zweite ein Ä. Das kann aber nicht sein. Wie kommst du denn da auf Ä? Das Innenorgan mit fünf Buchstaben. Das sind die Saumägen. Saumägen ist doch Mehrzahl. Außerdem schreibt man das mit acht Buchstaben. Auch wenn ich ganz, ganz klitzeklein schreibe? Auch dann, Helmut. Also vergiss das mal mit den Saumägen. Das Innenorgan mit den fünf Buchstaben ist wahrscheinlich die Niere. Und ich heißt auf Lateinisch Ego. Das kann aber nicht sein. Ich auf Lateinisch heißt Helmutus. Das ist doch klar. Sonst kommt es ja mit der Stadt an der Donau mit vier Buchstaben gar nicht hin. Ach, was hast du denn da geschrieben? Im Oggersheim, was ist denn sonst? Oggersheim liegt doch nicht an der Donau. Dafür hat es aber auch nicht vier Buchstaben. Wenn es knifflig wird, muss man halt umso geschickter vorgehen. Tja, Helmut, wenn du meinst. Was kann man bei dem Rätsel eigentlich gewinnen? Eine Woche in der Stadt, die durch das Lösungswort beschrieben wird. Und wie heißt das Lösungswort? Äh, Moment, äh, Moment, ich muss nur noch. Genau. Ja. Die Stadt, in die ich als Gewinner fahr, heißt... Ja, ja, nun mach es doch nicht so spannend. Wie heißt der Gewinn? Eine Woche in... Christin Papuck. Da wird sich die andere Lure aber freuen. Helmut, ich such den Staubsauger. Das wundert mich. Wieso wundert dich das? Doris kommt zum Abendbrot. Darüber wundere ich mich nicht. Ich hatte auch schon mal Damenbesuch. Ich wundere mich über deine erste Haushaltsaktivität, seit du Kanzler bist. Du willst mich beleidien? Ich habe schon zweimal den Müll getrennt. Und ich putze täglich, ja wohl täglich, die Reste von deinem Haarfärbemittel aus der Dusche. Und ich trete täglich, täglich auf deine Kekskrümel. Dann sieh doch zu, wie du mit diesem historischen Erbe fertig wirst. Also wenn ich erstmal den Staubsauger habe. Aber das ist typisch für dich und deinesgleichen. Wir Sozialdemokraten werden erst am Ziel sein, wenn alle Maschinen in der Hand der arbeitenden Bevölkerung liegen. Wir werden die 3,5-Stunden-Woche für die Ehe und eheähnliche Wohngemeinschaften einführen. Bei freier Verfügung aller Beteiligten über alle Haushaltsgegenstände. So, zu. Bitte, der Staubsauger steht in der Kammer. Danke, endlich. Sind Tütchen dabei? Selbstverständlich sind Tütchen dabei. Na dann kann die Doris doch heute Abend mal gründlich durchsaugen. Schredi, wo steckst du denn schon wieder? Du kannst mich jetzt die Vokabeln abfragen. Ich komm ja schon. So, dann gib mir das Vokabelheft. Also gut. Was heißt, Helmut ist nicht mehr der Kanzler? Äh, I am not mehr the President. Äh, nee, warte mal. Was heißt denn noch mal Kanzler? Auf Englisch. Äh, na ja, the Blair. Also, I am not mehr the Blair. Helmut Kanzler auf Englisch heißt nicht Blair. Tut's doch. Du hast ja noch nicht so viel Erfahrung. Aber der englische Bundeskanzler heißt Blair. Ich muss das doch wissen. Na gut. Also nehmen wir mal was anderes. Was heißt, der Jürgen Trittin ist jetzt Minister? Äh, so Jürgen... Äh, Quatsch. So Fischermansfriend ist... Mensch, Helmut, der Trittin ist doch nicht Fischermansfriend. Ist er doch. Ist doch ein alter Kumpel von deinem Joschka. Und der ist Fischermän. Also, Fischermansfriend ist jetzt ein Mister. Äh, oder so. Na ja. Also, was heißt denn, Herr Genscher trägt gern seinen gelben Pulli? Das ist einfach. Genschman is carrying not, äh, ungern his yellow Pulli. So, ich glaub, das reicht. Ich bin fit enough für's Urlaub. Das ist das erste Mal, dass ich mich am Wolfgangsee mit einem Einheimischen verständigen kann. Am Wolfgangsee? Ja. Wer spricht denn da Englisch? Ja, ich. Drum lerne ich's ja. Kann jemand mal einen Arzt rufen? Das Kind im Kanzler 37, 38, 39... Äh, da, da fehlt doch einer. Tö, wo ist jetzt dieser Fisch? Schreie die! In meinem Aquarium fehlt ein Fisch. Ganz Dietrich ist weg. Ist der vielleicht bei dir? Also, ich hab doch gar kein Aquarium. Aber das wollte ich sowieso mal ansprechen. Die Viecher sind mir viel zu langweilig. Da werd ich total nervös. Na hör mal, der Hans Dietrich war der Lustigste von allen. Wahrscheinlich hat er sich totgelacht. Oder du hast dich wieder draufgesetzt. Aber ich hab sowieso schon Ersatz. Schau mal. Uh, ein Geschenk. Wie geht denn das auf? Ah. Ah, das ist ein Kakadu. Ah, na du bist ja lieber. Du Zitl, 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 Zitl. Rot, grün, rot, grün. Der spricht ja. Er redet zwar Unsinn, aber pfeift ohne Punkt und Komma. Den nenne ich Rita. Komm, mein Kleiner, ich stelle dir deine neuen Freunde vor. Helmut, wo gehst du denn hin? Helmut! Mit dem verstehst du dich bestimmt prima. So, und ab ins warme Wascher. Na, pust dich erst mal aus, gell? Tee, he. Äh, du, Schrödi, ich glaub, die Rita stellt sich tot. Na, die muss ich halt erst mal an die neue Umgebung gewöhnen. Na, pust dich erst mal aus, gell? Kleiner, du hast den schönsten Schlappen im Aquarium. Mist, er kommt. Herrgott, ich will nie wieder eine Kabinettssitzung leiten. Dreimal mussten wir Kaffeepause machen, weil sich der Oskar sonst nicht konzentrieren kann. Tee. Und weil der Joschka keinen Kaffee trinkt, mussten wir dann auch noch drei Teepausen machen. Auf diese Weise konnten wir keine einzige Zigarettenpause mehr machen. Tee. Und warum stehst du da so komisch und drückst den Daumen gegen die Wand? Ich? Was? Äh, ich bin am Basteln. Ich hab mich verdübelt. Schrödi, versprichst du mir nicht zu lachen? Ich hab den Daumen ins Loch gesteckt, um zu gucken, ob es für den Dübel reicht. Und jetzt ist der Daumen drin und geh, nimm mal raus. Du musst die Feuerwehr rufen. Hilfe! Da brauchst du dann nicht die Feuerwehr. Du bist eben kein Handwerker. Aber Gott sei Dank hast du ja mich. Tee. Also da hilft nur noch eine Entlastungsbohrung von der Seite. Das machen wir selber. Halt mal still. Merkst du was? Weiß ich nicht. Jetzt muss ich hier einen Ansatz-Spreizdübel reintun. Und dann wird das Loch, Moment, ich teste mal, ob das groß genug ist. Halt den Daumen, das ist gefährlich. Helmut, nimm's mir nicht übel, aber ich bin ja kein Anfänger wie du. Den Daumen. So ein Quatsch. Ach, ups, aua. Was ist? Ist es groß genug? Nein, ich krieg den Zeigefinger nicht mehr raus. Herrgott, das gibt's doch nicht. Kommst du bis ans Telefon? Nein, aber ich hab vorhin schon überlegt, ich könnt ja einem von den Fischen einen Zettel mit einer Nachricht ans Bein bitten. Dann kann der Hilfe holen. Helmut, Fische haben keine Beine. Das ist wieder so eine typische Idee. Und ich häng hier und muss vielleicht verhungern. Mit einem Zeigefinger in der Wand. Der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland verunglückt beim Heimwerken. Herrgott! Und alles nur, weil Fische keine Beine haben. Ach, nun komm schon, Helmut. Ich will nicht, dass uns jemand sieht. Hast du Automaten gefunden? Ja, hier, acht Fotos für fünf Mark. Komm, setz dich schon mal in die Kabine. Ich werf das Geld von außen rein. Äh, wie soll ich denn gucken? Im Profil oder von der Seite? Ach, warte mal, du sitzt zu hoch. So sieht man doch nur deine Krawatte. Warte, wir nehmen den Stuhl raus und du setzt dich einfach auf den Boden. Na, es geht doch. Lach doch mal. Och Mist, vielleicht lachst du lieber doch nicht. Also das Bild ist nicht breit genug. Denk mal an was Schlimmes. Denk an Rita Nackt. So ist das schön. Du, da sind aber jetzt noch ein paar Fotos übrig. Sollen wir das nicht zusammen machen? Oh ja, rück mal. Wir machen eins für Bill Clinton. Ich mache einen Kussmund und du nimmst die Zigarre. Nimm mal ein Bein hoch und legst über meine Schulter. Warte, ich küsse deine Glatze und du hältst meine Hand. Setz dich mal auf meinen Schoß und dann rummler. Na, liebstes Autolein, hast mich vermisst, was? Ja, ich dich auch. So, jetzt müssen wir aber los. Helmut, ich und der Audi fahren jetzt zur Arbeit. Sollen wir dir was Schönes mitbringen? Halt, warte. Vergiss nicht wieder deine Bruder. Außerdem habe ich noch eine Frage. Herrgott, dann aber schnell. Du, ich habe heute meine erste Fahrstube. Und da wollte ich dich mal fragen, ob ich wohl, wie soll ich sagen, also... Was denn? Hm, na, ob ich wohl den Audi haben darf? Nur zum Üben versteht sich. Was bitte? Ich habe mich wohl verhört. Meinen Audi? Und wieso zum Üben? Na, wenn ich die Prüfung bestehe, muss ich ihn doch sowieso öfter fahren. Ich bin's leid, im Bus immer so angestatt zu werden mit allen Tüten, wo die Bohrstangen so rausgucken. Helmut, ich glaube, du spinnst. Du willst meinen Audi haben? Zum Üben? Ha, kommt ja gar nicht in Frage. Wenn du gesagt hättest, ich will dein Erstgeborenes. Okay, von mir aus. Aber der Audi? Auf keinen Fall. Du stell dich doch nicht so an. Es wird ihm doch schon nichts passieren. Komm, lass mich mal kurz einsteigen. Dann zeige ich dir, was ich schon alles kann. Bin doch als Kanzler jeden Tag mit dem Auto gefahren. Also, ich weiß nicht. Bitte. Also schön. Aber wieso steigst du denn jetzt hinten ein? So habe ich das immer gemacht. Und jetzt pass mal auf. Jetzt sage ich einfach, einmal bitte zum Supermarkt. Gell? Da startst du. Es klappt doch prima. 17, 18, ja, das reicht. Der Hauch der Geschichte biet mich an. Oder ist da nur die Türe aufgegangen? Herrgott! Ups, der Schröding kommt. Wie kriege ich das jetzt schnell versteckt? Helmut, was ist das denn jetzt schon wieder hier? Wem jetzt? Ich meine was? Der Dreck hier überall im Flur, in meinem Zimmer, in der Küche. Dreck? Ach, du meinst den Ton. Den brauch ich zum Basteln. Das sind viereinhalb Tonnen allerfeinster Kakarachi-Modellierton. Guck mal, wenn man mehr als drei Tonnen nimmt, gibt es dieses Anleidungsbüchlein geradezu. Der leichte Weg zum persönlichen Denkmal. Perfekte Standbilderstellung in drei einfachen Schritten. Helmut, was soll denn das geben? Lieber Schröding, auch dich weht der Hauch der Geschichte an, weil ich hier mit dir zusammen wohne. Mich weht hier nicht nur der Hauch der Geschichte an, mich weht hier vor allen Dingen der Hauch der Knoblauchgerichte an, weil du schon wieder beim Kebabmann angehalten hast. Willst du jetzt ein Kohlstandbild machen? In natürlicher Größe, ungefähr sieben Meter hoch. Und daneben konnten wir leider für den Schirmherrn. Meinst du, ich konnte in Scharbingen fragen, ob er den Schirmherrn machen würde? Wegen der Tauben. Tauben? Ja, damit ich nicht auf meine Stadion kacken. Da muss natürlich immer einer mit einem Schirm daneben stehen. Schließlich ist der Rudolf Verteidigungsminister. Das wird fantastisch. Jetzt brauche ich nur noch einen Namen. Kein Problem bei sieben Metern Höhe. King Cole. Vermuffen Sie jetzt die Zapfdüse F mit dem Überspritzschlauch und halten Sie dabei ausreichend Abstand von der Eulmäh. Was für eine Eulmäh? Schrödi! Herrgott, was ist denn? Sag mal, weißt du, was eine Eulmäh ist? Helmut, ich werde dich nicht auch noch unterstützen, wenn du schon unbedingt Beleidigungen für die Durse finden musst. Mach ich doch überhaupt nicht. Ich habe ja eine koreanische Bedienungsanleitung für unseren neuen Pappelmäger. Der macht Blumerblasen in Wasser. Und wenn das mit Wasser geht, na? Äh, na? Dann geht es auch mit Wein. So, und jetzt pass auf. Und da kommt jetzt Champagner raus. Monsieur, möchte Sie vielleicht mal probieren? Na, lass mal testen. Oh, das kribbelt. Hm, gut. Du, mir wird plötzlich so blumerant. Was ist denn mit meiner Stimme los? Das gibt's doch gar nicht. Schrödi! Das kann doch nicht an meinem Schambus liegen. Helmut, ich verkohle. Kannst du nicht irgendwas unternehmen, bitte? Helmut, ich bin's doch. Der Schrödi! Ist doch kein Problem. Außerdem hat's noch einen Vorteil. Die nächsten 16 Jahre bleibst du im Amt. Tch, stimmt. Achtung auf der Bahnsteigkante. Am Gleis 1 fährt in wenigen Minuten der Transrapid Helmut aus Oggersheim ein. Zurücktreten, bitte. Möchte mal wissen, warum das Licht hier auf einmal so flackert. Komm mal rüber, Schrödi. Willst du sehen, wie der Oggersheimer Transrapid ankommt? Mensch, Helmut, was hast du denn aus unserem Wohnzimmer gemacht? Der Stern kommt gleich und will ein Interview mit mir machen. Und hier sieht's aus wie beim Tier saufen Kopf. Ja, da staunst du, Gil. Ich hab meine elektrische Eisenbahn aufgebaut. Die ganze Nacht hab ich gebastelt. Schau mal, die blühenden Landschaften. Und da drüben stehen sogar kleine Pferdchen auf der Weide. Was steckt denn da an dem Schornstein von dieser Lok? Eine von deinen Havanas. Achtung, da kommt doch schon der Oggersheim-Express. Wenn ich nur wüsste, an wen mich die Pferdchen erinnern. Aua, verdammt mein Bein. Oh, nun ist er entgleist. Du darfst halt nicht so nah am Gleis stehen. Ach, pass auf. Da kommt doch schon der Bummelzug Rudolf Schabin. Der ist sogar mit Schlafwagen. Ui, der ist aber schnell. Pass auf, langsamer. Sonst fliegt er gleich aus der Kurve. Dreh mal den Trafo runter. Welchen Trafo? Da brauchst du nur hier auf den Teppich zu klopfen. Mach jetzt mal zweimal klopfen für schneller oder für langsamer. Ey, tolles Gerät. Ist das denn neue Technik? Vielleicht mit Ultraschall? Ach was, das mache ich schon seit Jahren so. Ich klopfe einfach auf den Boden. Die Anneluche sitzt dann immer unten im Keller auf einem Fahrrad und treibt den Zug an. Pass mal auf, ich zeig's dir. Hoppala, entschuldige Rudolf. Klasse Sache, Sonnrummelplatz. Komm, lass uns doch mal Autoscooter fahren. Ich raum dich auch nicht. Das sagst du jedes Mal. Wir fahren niemandem rundes Dampfschiff auf dem kleinen See. Eine Seafahrt, die ist lustig. Eine Seafahrt, die ist schön. Ach, das ist doch langweilig. Ich weiß. Schau mal. Also das wäre doch mal doll. Ein Bungee-Kram. Komm, ich kauf dir eine Karte, Helmut. Ja, für eine Person. Ja, natürlich will er dabei in den Teich eintauchen. Nein, nein, nein. Danke. Nein, 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 nein. Ich trau mich aber nicht zurück. Meine Damen und Herren, jetzt springt der Ex-Bundeskanzler. Helmut, 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 Helmut. Alles so gut, alles so gut. Du hängst da an den Gummiseilen, da kann gar nichts passieren. Komm, also ich fahr auch mit dir nach oben. Komm, das geht ja immer höher. Die Teich wird immer kleiner. Schreie, ich hab Angst. Was ist, wenn ich falle? Ach, das ist doch der Sinn beim Bungee-Springen, Helmut. Du hängst doch an den Seilen hier. Schau mal, wir sind schon oben. Genau 150 Meter. Also los, komm jetzt. Bitte spring mit mir, Schreie. Ich trau mich nicht alleine. Das geht nicht. Pass auf. Du zählst es einfach bis drei und dann schubs ich dich. Du wirst sehen, es ist ein tolles Gefühl. Das Gummiband hält nicht. Eins. Doch, doch. Die haben das genau berechnet. Ach ja? Wie denn? Zwei. Du hast doch unten an dem kleinen Gerät dein Gewicht eingezippt. Wieso? Ich hab nur Stockwerk eins gedrückt. Drei und los. Moment, eins. Helmut. Helmut. Ja, ich hab dich gesehen. Doll, Helmut. Ja. Schöner Fisch. Na, das wird dauern, bis sie den Teich wieder voll kriegen. Schöner Fisch. Schöner Fisch. Schrödi. Was? Mir ist langweilig. Mir auch. Stell dir nicht so an. Pass mal auf. Ich zeig dir jetzt mal was. Das haben wir früher auch immer gemacht. Gib mir mal das Telefon. Ja, hallo, hier spricht Thierse. Genau, der mit dem Bart. Ich hätte gern 50 Bitzer Salami mit extra Käse. Ja, 50. Alle zu mir nach Hause. Danke, tschüss. Das ist ja lustig. Hab gar nicht gewusst, dass du den Thierse so gut nachmachen kannst. Pass auf, noch einen. Jetzt wähle ich einfach irgendeine Nummer. Tja, oh ja. Ja, tach, Frau Peschke. Frau Peschke, Sie brauchen morgen nicht zur Arbeit kommen. Ach, was sage ich? Sagen wir einfach die ganze Woche nicht. Ja, sagen Sie einfach Bundeskanzler Gerd Schröder, hätte Sie ihn erlaubt. Ja, nix zu danken. Tschüsschen. Das gibt einen Ärger. So, jetzt bin ich aber mal dran. Ja, guten Tag nochmal, Frau Peschke. Diesmal bin ich's, der Wolfgang Thierse. Ich hätte gerne 50 Pizza Salami. Helmut, irgendwie macht das Spiel mit dir keinen Spaß. Geheime Verschlusssache Oh, das ist gut. Ja, super. Helmut! Ich muss Schluss machen. Bye, bye. Hier, was ist denn los? Die Telefonrechnung ist gekommen. Ja und? Deswegen musst du denn nicht so ein Geschrei machen. Die Rechnung ist über 4.369,70 Mark. Ich war das nicht. Das kann doch gar nicht sein. Zeig mal. Äh, 7.15 Mark 11. Das ist das Datum. Hier unten ist der Rechnungsbetrag. Äh. Und? Was sagst du dazu? Ich? Wieso ich? Ich telefonier doch so gut wie kaum. Ich fax ja immer nur. Also, das wollte ich dir sowieso schon mal erklären. Faxen ist, wenn du ein Papier in ein Gerät steckst und das woanders jemand lesen kann. Wenn du aber am Telefon von Papieren vorliest, ist das nicht faxen. Äh, äh. Gerade hast du doch auch telefoniert. Wer war das denn zum Beispiel? Äh, niemand. Nur eine von den Praktikommen. So, so. Wollen wir mal die Wiederwahltaste drücken. Ich hab's ja gewusst. Telefon 6. Schrödi! Schrödi! Ich hab kein Papier mehr. Wo bist du denn? Helmut! Ich hab hier grad ne Sitzung. Wieso Sitzung? Die Zeiten sind vorbei, Helmut. Ich hab hier die Sitzungen. Nee, ich sitze auf dem Klo und das Papier ist mal ausgegangen. Och, nö. Nimm doch was anderes. Du bist lustig. Was denn? Da steht auf so ne Box mit Hakele-Feuchttüchern. Hakele wer? Na, die feuchten Tücher oben auf dem Spülkasten. Ich nehm doch nicht dafür die guten Erfrischungstücher. Sind doch super angekommen auf dem Bankett mit der Königin Beatrix. Tch, tch. Blitzblankt die Kommode. Dank meiner Zauberpolitur. Tch, tch. So, jetzt nur noch Schrödi's großen Geheimschrank. Oh, Mist. Daten schon wieder abgeschlossen. Also jetzt reicht's mir. Ich muss wissen, was in diesem Schrank ist. Schrödi! Hey! Herrgott, ja, was ist denn? Du, Schrödi, sag mal, was ist eigentlich in diesem Schrank, den du immer abschließt? Da sind meine persönlichen Sachen drin. Darum schließe ich ihn ja auch ab. Ja, aber er steht in unserer gemeinsamen Wohnung. Also entweder du zeigst mir jetzt, was in dem Schrank ist, oder du kannst demnächst selbst Stab wischen. Ach, also schön. Bruder Gott, Schrödi, bist du wahnsinnig? Das ist gegen das Gesetz. Mach schnell wieder zu, bevor es jemand sieht. Wieso? Mach mal auf. Also ich hab den Stoff doch bei Joschka im Schreibtisch versteckt, wie immer. Ach, das mein ich doch gar nicht. Wenn das rauskommt, musst du ins Gefängnis, wegen Verstoßes gegen das Artenschutzgesetz. Wegen was? Na ja, hier, der ist doch bestimmt zwei Meter lang. Und Elfenbeinbesitz ist strafbar, mein Lieber. Wieso Elfenbein? Das hat mir die Doris geschenkt. Das ist ihr erster Milchzeit. Ach so. Nein, 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 Schrödi. Die fleißigen Lieschen müssen hier hin. Halbschatten. Da muss aber erst das Gestrüpp hier weg. Was ist denn das eigentlich? Das ist Löwenzahn. Löwenzahn? Die schenke ich der Doris. Ja, da könntest du besser ein Kilo Hafer schenken. Aber die Lieschen, die müssen hier hin. Genau hier. Ja, dann will ich mal. Mensch, das ist aber lähmiger Boden. Tja, Gartenarbeit ist nicht so einfach wie Regieren. Deshalb hat es früher hier ja auch der Bühner Hinze gemacht. Ach, deshalb war der immer irgendwie schmierig. Bin ich jetzt tief genug? Ach, nein. Nun mach erst einmal. Bist ja noch nicht einmal ein Mediortief. Helmut, wie tief muss ich denn noch graben, bis das Loch für die blöden Lieschen tief genug ist? Das sind nicht blöde, sondern fleißige Lieschen. Aber davon versteht ihr Sozialdemokraten ja nichts. Also grab weiter, Schrödi. Du willst doch auch, dass unser Garten zu einer blühenden Landschaft geht. Ja, ja, ja. Helmut, schau mal, ich bin auf irgendwas gestoßen. Sieht ja aus wie eine Urne. Was hast du denn hier wieder vergraben? Also ich hätte nie gedacht, dass im Garten eine... Eine Urne. Moment mal, das ist ja eine Wahlurne. Helmut, das sind ja 16 Jahre alte Stimmzettel. Alles Gegenstimmen der SPD von 1982, als du Kanzler wurdest. Sieht zu, was aber auch. Aber gemerkt hat's die ganzen 16 Jahre lang keiner. Und nett gemerkt ist nett gemerkt. Wenn nur was richtig schmutzig ist, kann man richtig abwischen. Na nu, was ist denn das? Schrödi. Was? Sag mal, was kann das sein? Es ist klein, grau und wenn man drauf drückt, piept's. Claudia Nolte. Nein, kleiner. Nur ein Zentimeter groß und liegt unter dem Teppich. Eine Antenne ist auch dran. Zeig mal. Du, das ist ne Wanze. Das ist doch Quatsch. Hat doch gar keine Fühlerchen. Gille, gille. Rührt sich auch nett. Die kann sich ja auch nicht rühren. Das ist ein Abhörmikrofon. Uns hört jemand ab? Au. Dann muss ich mir in Zukunft aber alles aufschreiben, was ich dir sage. Sonst wird's peinlich. Ha ha ha. Stell dir mal vor, jemand würde belauschen, was wir so besprechen. Und das vielleicht noch im Radio senden. Tö, das wär toll. Ich wär unheimlich gern im Radio-Star. Aber wer soll sich schon für unsere WG interessieren? Gib her. Ich werf's weg. WG-Nächte sind lang. Ah, eine Drei. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt steh ich auf der Schlossallee. Die kauf ich. Helmut, du hast ne Drei gewürfelt. Dann darfst du auch nur drei Felder weiter. Du stehst auf meiner Straße und musst jetzt Miete zahlen. Moment mal. Wo ist denn die Spielanleitung? Jetzt bin ich erstmal dran. Ah ja. Der Westbahnhof. Den nehm ich. Du hast schon zwei Bahnhöfe. So geht's ja nicht. Die anderen beiden sind für mich. Also ich kann so viele Bahnhöfe kaufen, wie ich will. Du bist dran. Eins, zwei. Na also, ich kauf das Gefängnis. Das kannst du nicht kaufen. Du musst jetzt drei Runden aussetzen. Das ist doch türi. Ich steh doch genau auf dem Gefängnis. Also kauf ich's jetzt auch. Helmut, du kannst den Knast nicht kaufen. Wir sind ja nicht in Palermo. Ach so. Und was ist, wenn ich mich einfach draufsetze? Oh, ein bisschen unbequem. Wobbla. Helmut, du hast das ganze Spiel ruiniert. Jetzt können wir uns den Spielabend schenken. Ist doch halb so schlimm, weil der nur in das Gefängnis aussitzen. Hat ja auch geklappt. Aber tu mir bitte einen Gefallen. Na gut, was denn? Sag bitte der Hannelore nicht, dass ich schon mit einem bei dem Gefängnis war. Morgen. Morgen. Und selbst? Danke. Und selbst? Geht so. Ich hab vielleicht einen Mist geträumt. Stell dir vor. Der Schäuble, der Trittin, die Witschurekzoll und Heino saßen hinter einer Mauer. Und? Was haben die gemacht? Keine Ahnung. Ich konnte sie doch nicht sehen hinter der Mauer. Ja, woher weißt du denn, dass sie da waren? Ja, weiß ich doch gar nicht. Hab ich mir nur gedacht, das war auch gar nicht das Schlimme. Schlimm wurde es erst, als der Thierse plötzlich alle anderen angesteckt hat. Nicht so angesteckt. War er krank? Nein, aber jedem, der ihn berührt hat, wuchs auch so ein Bad. Also bei Joschka Fischer und Lafontaine ging's ja noch. Den Gysi hat er auf den Kopf berührt, auf der Glatze. Er sah schon ziemlich blöd aus. Und dann der Fidel Castro auf Staatsbesuch im Traum. Der hat doch schon Bad. Jetzt hat er zwei. Aber der Horror kam erst noch. Hat er dir etwa auch einen Namen gedreht? Ich fass doch den Thierse nicht an. Nein, der Angela Merkel hatte einen verpasst. Um Gottes Willen. Und sie sah viel besser aus als vorher. Der Musikantenstadel läuft jetzt. Ich hab schon meine Lieblingscracker aufgemacht. Musikantenstadel? Schalt mal um. Auf dem anderen läuft diese Serie. Frauen und Körper. Ach, Schweinskram. Ich guck den Mark. Nix, Schweinskram. Wo ist denn die Fernbedienung? Die hab ich versteckt. Nun nimm schon Platz und nimm nur deine Cracker. Die sind original aus der Pfalz. Ich will die Fernbedienung haben. Rutsch mal ein Stück. Wahrscheinlich sitzt sie wieder drauf. Na, da ist sie ja. So, und jetzt? Ist die Silhouette der weiblichen Brust. Lass mich doch die lustige Kapelle schauen. Du, deine türichten Serien. Gib mir sofort die Werbung. Ey, lass das Teil hier. Na, warte. Herr mit den Dingen. Also, so geht's nicht. Passt mal auf, Gerhard. Ich setz mich jetzt auf die Fernbedienung. Und welches Programm sich dabei einstellt, ist mitgeguckt, basta. Das ist mehr als Fleckenrauswahl. Steht das Pencard, right? So, jetzt haben wir das Testbild. Abgemacht ist abgemacht. Komm, Helmut, lass uns ins Bett gehen. Wir nehmen den Schluss einfach auf und gucken das morgen zu Ende. Helmut, Helmut, komm wieder rein. Du erkältest dich garantiert. Helmut! Dolle Idee. Ausgerechnet mit dem Typ eine WG zu gründen. Helmut, komm jetzt runter vom Dach. Glaub bloß nicht, ich kletter dir hinterher. Ich hab morgen früh Kabinettssitzung. Weißt du eigentlich, wie dämlich du in diesem Blümchen-Nachthemd aussiehst? Wer kommt eigentlich auf die Idee, lauter Norbert Blüms auf einen Stoff zu drucken und das dann Blümchenmuster zu nennen? Helmut! Hey! Neben dir geht's übrigens genau 20 Meter tief runter. Und da unten steht mein Audi. Wenn du mir ne Beule ins Dach machst, gibt's aber Solidarzuschlag. Das sag ich dir. Und zwar aufs Auge. Hörst du mich? Das hat alles keinen Zweck. Hoffentlich kommen jetzt wenigstens keine Fotografen. Naja, wird schon wieder runtersteigen. Also das Einzige, was mich bei seiner Schlafwandelei echt nervt, ist, dass er hinterher immer aus Versehen in mein Bett steigt und jedes Mal eiskalte Füße hat. Du? Du? Trödi! Trödi! Was ist denn los? Du, sag mal, kann ich heute Nacht bei dir mit im Bett schlafen? Wieso denn das? Mir ist kalt. Außerdem macht mich das Gewitter so nervös. Und dafür wächst du mich mitten in der Nacht? Wie viel Uhr ist denn überhaupt? Genau 2.47 Uhr. Liest du mir ne kleine Geschichte vor? Ach, Helmut, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ach, komm, das muss ja nicht lang sein. Vielleicht ein Märchen oder ein Witzen. Also schön. Kommt eine Frau zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich hab einen Knoten in der Brust. Sagt der Arzt, wer macht denn sowas? So, jetzt musst du mir auch einen erzählen. Kennst du nicht einen guten Kohl-Witz? Doch, kenn ich, pass auf. Also, der Kohl trifft den Papst und gratuliert ihn zum Namenstag. Da sagt der Papst, aber ich hab doch heute gar keinen Namenstag. Heute ist weder Johannes noch Paul. Sagt der Kohl. Ja, der ist nicht. Aber heute ist der Zweite. Tch, 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 tch. Ja, gute Nacht, Helmut. Aber ziehen wir nicht wieder die Decke weg. Einer geht noch, einer geht noch ein. Prost, einer. Prost. Entschuldigung, in dieser historischen Stunde, wo wir auf gemeinsames Werk von acht leeren Flaschenblicken, Möchte ich im Rahmen des demokratischen Grundkonsenses die Wundgemeinschaft mit dir als traktfähige Koalitionsgemeinschaft bezeichnen. So, gib mir mal einen Flaschenzieher. Was? Den Korkenöffner, verstehst du kein Deutsch? Hier, Helmut, warum boste denn so am Etikett von dem Wein rum? Steht doch da, Bordeaux. Ach so, Bordeaux. Ja, Bordeaux, sag mal, weißt du eigentlich, warum ich Audi fahre? Nö, nö. Der hat auch vier Ringe. Und morgen hast du noch zwei mehr. Noch zwei Ringe? Ja, ja, unter den Augen. Helmut, das ist nicht mehr mein Niveau. Aber lieber Schriti, tiefer kann ich nicht. Gut, dann machen wir jetzt Abendrücken und wer verlieren muss, das Aquarium aussahen. Ja, einverstanden. Aber vorher mache ich doch eine Flasche auf. Banu, Schrödi, kannst du nicht einschlafen oder was? Nee, ich wälz mich die ganze Zeit in meinem Bett hin und her. Tja, da weiß ich was. Felser Müsli will ich jetzt aber nicht. Ach so, Schritt von Hypnose, Schrödi. Schau mal, hier auf meinem Pendel. Und jetzt musst du dich nur noch konzentrieren und mir nachsprechen. Na gut, wenn's hilft. Also, ich bin entspannt und ich bin ganz schwer. Ich weiß, Helmut, du solltest meine Diät machen. Ach, Pabla Pab, ich red doch nicht von mir. Du sollst mir das nachsprechen und das Pendel beobachten. Also, los. Na bitte, ich bin entspannt und fühl mich schwer. Ich bin gelassen und fühl mich wohl. Ich bin gelassen und fühl mich wohl. Ich bin ganz müd und krieg nix mit. Ich bin ganz müd und krieg nix mit. Denk ich an Scharping in der Nacht. Na also, nun träumt er wieder Scharping, wenn er eine Rüte hält. Hey, Schrödi, aufwachen. Schrödi, hey, aufwachen. Schrödi, aufwachen. Was ist denn? Ich war doch gerade so schön eingeschlafen. Ich weiß, du musst mir unbedingt sagen, wo der Rudolf wohnt. Mir ist gerade eingefallen, dass ich den mal vor Jahren in Hypnose versetzt hab und dass ich bis heute vergessen hab, den wieder aufzuwecken. Berliner Schnupperwoche Jetzt guck, Schrödi. So hat es früher rund um Berlin ausgesehen. 1961 hat er Ulbricht diese Mauer gebaut und ich hab sie praktisch höchstpersönlich niedergerissen. Dieses Stückchen ist alles, was davon übrig geblieben ist. So, so. Besonders hoch ist sie ja nicht, deine Mauer. Ja, die Leute waren früher halt kleiner. Ich hab dann jedenfalls einen Honecker angerufen und gesagt, ich bin das Volk. Und schwupps, war sie weg. So, so. Schwupps also, ja? Ja, genau. Sag mal, die Fenster da, waren die eigentlich früher auch schon drin? Nein, das ist bestimmt, weil das ja jetzt als Denkmal dasteht, das man reingucken kann, weißt du? Und nicht bunt bemalt haben sie es ja auch. Ja, das war früher schon. Das nennt man Graf Futi. Aha. Ja, das ist, wenn junge Leute mit bunter Farbe so lustige Bilder draufspulen. Genau hier hab ich damals gestanden und gerufen, die Mauer muss weg. Will nicht zurückbleiben. Türen schließen automatisch. Obel, Schütti, die Mauer, die Mauer fährt weg. Schütti. Tja, Helmut, ich glaub, dein Graf Futi ist grad auf dem Weg zum Bahnhof Zoo. Frau Ober, ja, also ich nehm'n Espresso und für meinen Mitbewohner bitte im Kakao. Ja, aber nicht so stark. Und können Sie mir noch ein Stückchen Herrentorte bringen, bitte? Ja, und ich nehm' die Damen-Torte, die macht nämlich nicht so dick. So, Helmut, was ist denn jetzt mit unserem Berlin-Umzug? Hast du die Zeitung mit den Wohnungsanzeigen besorgt? Aber sicher. Ich hab's sogar schon ein paar ausgeschnitten. Da, guck mal. Sag mal her. Drei wunderschöne Gelbbauch-Guppi-Babys, handsam und ruhig, inklusive Wasser und Aquarium, nur in gute Hände abzugeben. Naja. Herr Gott, Helmut, Wohnungsanzeigen hab ich gesagt. Was sind doch für die Wohnungen? Was hast du denn noch? Zierliche Südpfälzerin, anschmiegsam und gut im... Kochen, verwöhnt dich zärtlich. Hoppla, wo kommt denn das her? Das muss da irgendwie dazwischen gerutscht sein. So, so dazwischen gerutscht. Ja, ja, genau. Schnell mal weitersehen. Wie findest denn eigentlich die Wohnung hier? Das hört sich doch gut an. Parkplatz direkt vorm Haus, gemütliche, rustigale Einrichtung und Platz für 150 Gäste. 150 Gäste? Ja, wir müssen ja nicht immer alleine rumsitzen. Die Fischer haben sich auch schon beschwert, dass es so langweilig ist. Und pass auf, das Beste kommt jetzt. Mit moderner, leichter Küche. Leichte Küche. Ja, all dem gut steht an der Adresse dabei. Ja, so gleich um die Ecke. Steakhouse am Kurfürstendamm. Schau mal, Schrödi, das neue Bundeskanzleramt. Sieht ja aus wie im Gefängnis mit der Tourist da fort. Das lange da ist der Fahnenmast. Da kommt die Bundesflagge dran. Und das da ist der Bauzaun-Helmet. Ich will hier rein. Schrödi, die Leute gucken ja schon alle. Hier wird mein Audi stehen. Der größte Audi aller Zeiten. Ah, sozusagen ein Audi-Max. Ich bin ein Berliner. Lasst mich rein hier. Jetzt hör doch auf, an diesem blöden Bauzaun rumzurütteln. Du machst dich ja noch ganz unglücklich. Die gucken ja alle. Lass das Volk ruhig kicken, Helmut. Der Kanzler bin icke. Da kann das Volk ruhig klubschohren kriegen. Verstehst du? Sag doch mal, wie sprichst denn du auf einmal mit mir? Das ist das Flair von der Hauptstadt. Mensch, ich fühl mir knorke, Helmut. Wie ein Kerr-Paket nach dem Abwurf. Du red mal wieder normal, Schrödi. Das ist ja töricht. Du bist grad mal zwei Stunden in Berlin. Ich kann nun mal nicht anders. Ich komm aus der Nummer irgendwie nicht mehr raus. Ich glaub, ich brauch Hilfe. Oh je, mein Name ist Schrödi. Aber warte mal. Wie wär's, wenn ich dich mal ordentlich erschrecke? Das lass mal mal lieber sein. Nur gut, das wir dich in Sachsen sind. Ah, ich weiß was. Pass genau auf. Hey, was tust denn da? Halt jetzt schön still, Bub. Alles, was dir fehlt, ist ein bisschen Wärme und Zuneigung. Das ist mir schon in unserer WG aufgefallen. Also, ich werd' dich jetzt einfach in den Arm nehmen und dich einmal richtig drücken. Helmut! Ja, auch ein Kanzler braucht ein bisschen Zuneigung. Ich krieg' keine Luft mehr. Lass von mir ab. Mensch, Helmut. Du hast mir zwar ein paar Rippen gebrochen, aber der Dialekt ist auch weg. Wie hast denn das nun wieder hingekriegt? Nein, du bist sicherlich nicht der erste Berliner, den ich verdrückt hab. Du, Schrödi, so eine Besichtigungstour in Berlin macht aber ganz schön hungrig. Ich glaube, ich muss jetzt erst einmal was essen. Oh Mensch, Helmut, wir wollten uns doch den Reichstag ansehen. Und beim Alex waren wir auch noch nicht. Ach, ruf den Alex doch einfach an, dass wir später kommen. Ich bin am verhungern. Bitte! Also schön. Na, hol dir doch schnell hier was an so einer Bude. Vielleicht nehm ich so ein bis drei Berliner mit Zuckerguss. Die heißen hier Pfannkuchen. Die wären auch nicht schlecht. Und das, was wir als Pfannkuchen kennen, heißt hier Eierkuchen. Äh, so, jetzt bin ich ganz durcheinander. Vielleicht nehm ich doch lieber was Herzhaftes. Frikadellen vielleicht. Buletten, Helmut. Buletten. Ach, jetzt langt's mal aber mit den Fremdenwörtern hier. Ich geh jetzt einfach zu dem Stamm da drüben und dann kauf ich mir ein belegtes Brötchen. Färbig. Die nennt man Schrippe. Das ist mir egal. Frödi! Da bist du ja wieder. Und da ist ja auch dein Wurstbrötchen. Na, schmeckt's? Na, sicher. Außerdem hab ich noch was auf Berlinerisch gelernt. Aha, was denn? Na, was guten Appetit heißt. Guten Appetit? Was heißt denn das? Na, döner Kebab. Schridi, guck doch mal. Herrgott, was ist denn? Die Brücke da, wo die Kutsche drüber fährt. Da musst du mich unbedingt davor fotografieren. Hoffentlich wartet die Kutsche noch einen Moment. Helmut, das ist das Brandenburger Tor. Die Kutsche steht da oben schon seit über 200 Jahren. Die fährt dir garantiert nicht weg. Seit 200 Jahren? 205. Das müssen aber geduldige Pferde sein. Ja, brafe Pferde. So ist fein. Das geht ganz schnell. Nur hier oben drücken. Watt, ich stell mich da vorne hin. Unter die Eiche. Und das ist auch keine Eiche. Du stehst hier unter den Linden. Woher willst du denn das wissen? Nun, es hängt doch überhaupt gar kein Laub dran zur Zeit. Weil, ist ja auch egal. Stell dich auf. Watt, ich muss erst noch lächeln. Hast du geknipst? Moment noch. Jetzt gleich. Das klemmt irgendwie. Was ist denn jetzt? Oh, jetzt habe ich nicht mehr gelächelt. Entschuldige, wir müssen noch mal. Moment, ich lächle. Helmut, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Weißt du was? Ich hole dich in einer halben Stunde hier wieder ab, nach meinem Termin. Da kannst du dich so lange hier einlächeln. Das ist eine gute Idee. Jetzt muss ich danach ein Mundstückchen sogar für die lieben Pferdlein besorgen. Winter-WG. Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen, werdet ihr euch freuen. Hallo, rat mal, wer wieder da ist. Der Schredi, verdammt, wo packe ich das jetzt hin? Hallo, ist die Kabinettziehung schon fertig? Ist ausgefallen. Der Thiesel ist mit dem Bad in Aktenvernichter gekommen. Darauf ist dann die Vichurik zoll. Aber sag mal, was machst du da überhaupt? Ich? Gut, na? Also gut, jetzt hast du es ja schon gesehen. Ich bastel dir einen Adventskalender. Einen Adventskalender? Bist du damit nicht ein bisschen spät dran, Helmut? Außerdem sehe ich gar nichts. Ich erkläre es dir. Pass auf. Hier auf jeder Schranktür und Zimmertür und so sind ab heute Nummern. Und dahinter sind Überraschungen. Komm, mach doch mal die für heute auf. Also gut. Oh, Sicherung. Wie nett. Tja, lustig, gell? Toll, gute Arbeit, Helmut. Wirklich. Wo willst du denn hin jetzt? Du, ich muss mal ganz dringend... Hör mal, was ist denn das für eine 24 hier auf dem Klodeckel? Das darf ich dir nicht sagen. Zulassen. Das wird erst Heiliger Appendorf gemacht. Och, Mensch, Helmut. Gans. Reh. Gans. Karpfen. Gans. Das ist eine demokratische WG hier. Da kann man nicht einfach immer nur Gans sagen. Doch, Gans. Gans, 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 Gans. Gans, 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 Gans. Wir werden es ja wohl noch schaffen, über unser Weihnachtsessen einen gesamtgesellschaftlichen Konsens herzustellen. Was? Du und ich, wir einigen uns auf irgendwas. Jetzt kapiert? Gut. Ich will also Gans. Und ich will eigentlich chinesisches Fondue. Komme dir aber insoweit entgegen, als dass ich sage, Reh ist okay. Eigentlich würde ich am liebsten Saumagen. Was steht im WG-Vertrag? Ja, ja, ich weiß. Wer Saumagen zubereitet oder auch nur das Wort Saumagen ausspricht, muss drei Tage lang abspülen. Ja, ja, aber irgendwas Gefülltes könnten wir doch schon machen. Ich meine, kann man nicht so ein Reh auch füllen? Das wäre doch ein Kompromiss. Wir füllen ein Reh. Gut, abgemacht. Und womit? Mit einer Gans. Schredi, das Frühstück ist fertig. Ich komme ja schon. Mh, rühre ein Lecker. So, schling nicht wieder so. Und vergiss nachher nicht deine Brote, gell? Mhm. Du, Schredi, du weißt ja, dass die Hannelore und ich morgen unseren traditionellen Wichtelabend hatten. Und ich soll dir sagen, vor der Hannelore, ihr werdet herzlich eingeladen, also du und die Doris. Oh, also eigentlich wollte ich morgen mit Oskar über die desolaten Staatsfinanzen sprechen. Ähm, die Hannelore hat aber doch gesagt, dass sie sich sehr freuen würde, wenn ihr zum Wichteln kommt. Na, na, ich will mal sehen, was ich machen kann. Sag mal, ähm, wie kann ich der Hannelore denn eine Freude machen? Tee, äh, also eigentlich wünscht sie sich schon lange so einen schmalen, grünen Läufer fürs Schlafzimmer. Tee, ähm, also wenn's weiter nichts ist, ähm, Moment mal. Ja, Doris, ich bin's. Du, die Hannelore hat uns morgen zum Wichteln eingeladen. Nein, der Blüm kommt nicht. Kaufst du das Geschenk? Hm, ja, sie wünscht sich so einen schmalen, grünen Läufer. Ja, fürs Schlafzimmer. Mhm, okay, ich dich auch. Schüsschen. Und? Geht klar, Helmut. Also die Doris bringt dann den Joschka mit. Schödi, wo steckst du denn? Hier, was ist denn los, Helmut? Du, Schödi, morgen ist doch Silvester. Machen wir eigentlich ne Party? Na klar machen wir ne Party. Das volle Programm. Feuerwerk, Sekt, kleine bunte Hütchen und Bleigießen. Äh, Bleigießen? Äh, du, das hab ich mich schon immer gefragt. Wie geht es eigentlich? Ist es nicht gefährlich? Ach, wo? Aber vielleicht ist es besser, wir üben das nochmal vor. Komm, reiß mal die Packung auf. Ja, das ist ja lustig. Da ist ja ein Löffel mit drin. Gibt's da anschließend noch Nachtisch oder was? Nein, den Löffel hältst du über ein Feuerzeug und das Blei wird flüssig. Ah, und was dann? Dann gibst du das Zeug einfach in eine Schüssel mit Wasser rein und deutest, was dabei rauskommt. Hier, warte mal, ich mach's dir mal vor. So, schau mal. Also das sieht doch aus wie, äh, deutliches Wirtschaftswachstum. Toll, oder? So, jetzt probier du mal. Tja, mal ziehen. Ah, ein Silberfisch. Wie schön. Na komm mal, mein Kleiner. Kommst gleich zu den anderen ins Aquarium. Tja, tja. Du konntest aber tief tauchen. Hab gar nicht gewusst, dass man so Fische macht. Bring die Schüssel wieder her, Helmut. Das Blei ist noch flüssig. Ich mach gleich das Nächste. Komm ja schon, da. Hm, diesmal sieht's aus wie sinkende Arbeitslosenzahlen. Also das Jahr fängt ja ganz doll an. Ich will auch nochmal, gib mal her. Und, schon wieder ein Fisch. Also, hätt ich das früher gewusst, hätt ich mir gleich alle Fische selber gemacht. Wo willst du mit dem Löffel hin? Ich geh mit dem ganzen Krempel jetzt zum Aquarium und schütt die Fischchen direkt rein. So. Na, du bist aber auch ein schöner. Und schwupps, der Nächste. Silvester mach ich dann die Weibchen. Feierabend, Helmut. Die Party kann losgehen. Au ja, ich hab auch schon alles besorgt, was du wolltest. Hier, Luftschlangen, Knallpompons und das Tischfeierwerk. Und, was machen wir jetzt damit? Pass mal auf, ich zeig's dir. Gib mal so'n Ding her. Das sieht ja lecker aus, diese Pompons. So, und jetzt setz dich mal hier drauf. Wieso? Moment. Ich zieh dann einfach mal am anderen Ende und dann... Obla. Lustig, was? Na ja, es hat schon etwas geziebt. Na, dann lass uns doch lieber mal das Tischfeuerwerk anzünden. Ja. Du, das war gar nicht so leicht zu bekommen. Hab ich mir extra aus China einfliegen lassen. Von meinem Freund Nico Hashimoto. Hier, zünd's mal an. Sag mal her. Hey, das ist ja riesig. Wo geht das Teil denn überhaupt an? Ah ja, hier. So. Helmut, was ist das denn? Das ist doch kein Tischfeuerwerk. Was hast du deinem Freund denn gesagt, was du haben willst? Nix, nur, äh, hello Nico, please schick mir a Table-Tisch-Persing. Helmut, kommst du jetzt, oder was? Ja, ich bin ja gleich so weit. Hast du vielleicht einen Schraubenzieher, Schredi? Ich krieg den blöden Metallgriff nicht von den Sohlen weg hier. Helmut, das sind Kufen. Das ist bei Schlittschuhen nur mal so. Das ist überhaupt der Witz bei Schlittschuhen, dass da Kufen dran sind. Wieso liegst du da überhaupt rum? Ich bin ausgerutscht. Das ist so glatt hier. Dann warte mal, bis du erst auf dem Eis stehst. Los, komm jetzt. Darfst du dich auch an meiner Hand festhalten? Mit, dass wir wieder einbrechen. Du bist eingebrochen, nicht wir. Niemand anders würde es überhaupt schaffen, bei Kunst Eis einzubrechen. Moment, ich glaub, diesmal hält's. Helmut, hör auf mit den Armen zu hudern, so kann ich dich nicht halten. Entschuldigung, das war keine Absicht von ihm. Du, lass mal los. Ich glaub, ich kann schon alleine. Tja, von mir aus geht doch wunderbar. Wer sagt's denn? Helmut, komm zurück. Da vorne kommt jetzt der Eiswagen. Weiß ich doch. Ach, zweimal Vanille und zweimal Erdbeer mit Zahne, bitte. Meiner fällt immer um. Also, meiner steht wie ne Einst. Sag mal, hast du da drüben andern Schnee? Lass mich mal da hin. Nix, das ist mein Schnee. Nimm doch deinen eigenen. Jetzt ist er schon wieder umgefallen und die Möhre hält auch nicht. Du baust ihn ja auch viel zu hoch. Ein Schneemann muss dick sein. So wie meiner. Und nicht lang und dünn. Das kann der gar nicht halten. Naja, aber findest du nicht, dass dein ein bisschen zu klein ist? Außerdem, du sag mal, der hat sich eben bewegt. Nein. Ganz sicher? Da schon wieder Helmut, dein Schneemann hustet. Da ist doch wohl niemand drin, oder? Allzu gut. Norbert, du kannst ruhig rauskommen. Der Schrödi hat alles gemerkt. Was? Das ist ja Betrug. Das ist ja der Norbert. Da ist ja der Blüm drin. Helmut, du wolltest mich betrügen. Das sag ich dem Tierse. Du Schrödi, dein Schneemann ist schon wieder umgefallen. Herrgott nochmal, Doris. Und du stehst jetzt mal fünf Minuten still und machst dich klein und dick. Ja, 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 ist ja gut. Ich komm ja schon. Ach, Helmut, du bist. Du hast doch einen Schlüssel. Ja, ich komm grad vom Winterschlüsselkauf. Sag mal, Mensch, hast du für die Kelly Family eingekauft? Das sind ja mindestens 20 Einkaufstüten. Lass doch mal gucken, was hast du denn da? Nicht an meine Tüten gehen. Seid nicht immer so nahe gehend. Ach, nun zeig doch mal, Helmut. Was ist denn das da? Also, das ist das Tütchen fürs Hannerlösen. Lauter Falkenröcke. Die stehen dir so gut zu Gesicht. Die gab's für fünf Mark das Kilo. Hast du auch was für mich? Na klar, da drüben die Tüten. Da sind vier wuschelweiche Radkappenschonbezüge für deinem Audi drin. Stück für 4 Mark 50. Auffallen. Und für wen sind die Drahtbürsten in einer Tüte? Ja, für die Doris, damit's beim Zähneputzen nicht immer so quietscht. Na, da wird sie sich aber freuen. Also, bei ihrem Abrieb. Aber das Schönste hab ich hier. In der Tüte 23. Hä? Zeig mal. Da hat die Frau mir an der Kasse 500 ganz kleine Tütchen eingepackt. Was sind das denn für ganz kleine Tütchen? Oh nein, ich ahne was. Naja, die Dame sagte, die wären schon überm Verfallsdatum. Drum hab ich sie auch viel billiger bekommen. Helmut, das sind Kondome. Und das in deinem Alter. Was weißt du nicht, was das für Tütchen sind? Hauptsache ist doch, dass meine Fischleim mal reinpassen. Wenn ich mal wieder das Aquarium sauber mach und nicht weiß, wohin mit den Bellen komm. Unser WG-Anrufbeantworter Guten Tag. Hier ist der automatische Anrufbeantworter vom Bundeskanzler. Und vom Ex-Bundeskanzler. Wir sind gerade nicht zu Hause. Das Schöne muss nämlich regieren. Und Helmut ist mit Claudia Nolte Tee trinken. Das stimmt doch gar nicht. Es war ausgemacht, dass du sagst, ich bin in wichtigen dienstlichen Angelegenheiten unterwegs. Wichtige dienstliche Angelegenheiten. Also gut, Helmut ist gerade Fischfutterkaufen. Was? Du hast doch überhaupt keine dienstlichen Angelegenheiten mehr. Was willst du denn, Ex-Bundeskanzler Dienstliches? Der dienstliche Ex-Bundeskanzler gibt dir gleich mal was Dienstliches. Aua. So, wenn Sie uns eine Nachricht hinterlassen wollen, sprechen Sie bitte nach dem BIP. Joschka, wenn du's bist, ich hab nachgeschaut. Frankreich gehört doch zur EU. Und Claudia, wenn du's bist, wir treffen uns um drei. Ich bring Kuchen mit. Euer WG-Anrufbeantworter Schödi, Telefon, lüge mal den Hörer ab. Wie soll ich denn abnehmen, wenn ich gar nicht da bin? Aber wie können wir denn jetzt hier sein, wenn wir nicht da sind? Helmut, das ist überhaupt der Witz beim automatischen Anrufbeantworter. Dass keiner da ist. Ach so. Ja, dann schreiben Sie jetzt bitte einen Zettel und klicken ihn ans Telefon. Oder sprechen Sie einfach nach dem Pfeiftun. Wir beschäftigen uns später damit. Guten Tag. Hier ist der automatische Anrufbeantworter der Bundesrepublik Deutschland. Tch, es ist gerade niemand zu Hause. Aber Sie können nach dem Piepton einer Nachricht hinterlassen. Wir richten's dann gleich nach der Kabinettssitzung aus. Kanzler-Ehrantwort. Helmut, machst du bitte mal den Piepton? Piep. Herrgott, ich komm ja schon. Hallo? Nein, tut mir leid. Hier ist der deutsche Bundeskanzler. Herr Schüdi, du kannst doch nicht einfach in einer wildfremden Wohnung ans Telefon gehen. Warum nicht? Könnte ja sein, dass jemand Nettes anruft. Pappalapapp. Hallo? Hören Sie? Hier ist nur der automatische Anrufbeantworter. Feichling. Also gut, Sie können nach dem Piepton eine Nachricht hinterlassen. Piep. Helmut, was macht das Gerät dann schon selbst? Schönen guten Tag. Hier ist der automatische Anrufbeantworter von... So, jetzt bist du dran. Siehste, es geht doch. Sie haben die Nummer... ...gewählt. Wir sind im Moment alle drei nicht da. Aber hinterlassen Sie doch einfach eine Nachricht vor dem Pfeifton. Noch besser nach dem Pfeifton. Äh, Mist, stimmt. Guten Tag. Hier ist der automatische Anrufbeantworter. Ach, Schüdi, ich hab keine Lust mehr den ganzen Tag hier rumzusitzen. Das war ja nicht meine Idee, dass du hier deine Rente aufbessern wolltest. Super. Sie können nach dem Piep sprechen. Aber dass ich hier als amtierender Bundeskanzler noch dauernd Kakao für dich kochen muss. Sag mal, warum spricht da eigentlich keiner? Weil du wieder vergessen hast zu piepsen. Hommela. Piep. 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 Vielen Dank.